herzlich willkommen zu diesem video sehr schön dass du da bist schauen noch ein bisschen vielleicht zermatscht aus vergessen habe ich bin ich so mit meinem kopf gegen eine glastüre gerannt dass ich sie unten aus der ankerung aus der wand rausgeholt habe und mit meinen inneren heilfähigkeiten bin ich immerhin schon so weit wieder dass ich hier ein video machen kann aber eine nachricht will unbedingt aus meinem herzen zu dir wir haben so viele jahrhunderte jahrtausende so viel verdrehung erfahren weil wir dem verstand anstatt dem herzen gefolgt sind das ist die ursache warum atlantis untergegangen ist damals wurde der verstand quasi entwickelt und hat zum uhr also in dieser hoch entwickelten zivilisation zum untergang geführt und wir haben eine ganze gesellschaft die aufgebaut ist auf dem verstand und aus auf dem bewusstsein vom verstand und die intuition die mit allem verbunden ist was ist auch über unser herz haben wir völlig vergessen ja einstein sagt das ja auch in seinem spruch wir haben eine gesellschaft erschaffen wo der verstand verehrt wird und das geschenk was wir eigentlich haben die intuition ist ganz vergessen worden und jetzt ist es so der verstand ist nichts weiter wie ein computer der verstand gibt alles das weiter was du eine erfahrung gemacht hast in diesem und auch in anderem leben oder was du aufgenommen hast was du aufgeschnappt hast du gelernt und gelesen hast drumherum was du so auch aus dem kollektiv auf schnappst und was du von deinen ahnen auf schnappst und mitbekommen hast und alles das was da rein getan wurde das ist das was zur verfügung hast mehr was da nicht reingegeben wurde in deinen verstand oder was du als erfahrung im verstand nicht gemacht hast ist auch nicht vorhanden und kannst du auch nicht verwenden im grunde genommen ist das ein im verhältnis zu unserer intuition ein wirklich sehr kleines beschränktes denkvermögen derweil ist wirklich das herz von dir was zu deinem wissenden sein verbunden ist zu deinem unsterblichen wesen zu deinem multidimensionalen wesen was du eigentlich bist zu dem göttlichen wesen was du eigentlich bist zu der unsterblichen energie unsterbliches bewusstsein was du wirklich eigentlich bist dass der zugang dazu geht übers herz oder die intuition und die intuition und hier haben wir nicht nur die möglichkeit auf ein wissen zuzugreifen was einmal irgendwo in uns abgespeichert wurde sondern hier wollen wissen zur verfügung was all unsere leben betrifft was wir bisher gelebt erfahren haben was bis in die alle zukunft hinein kommt aber nicht nur von dir von jedem anderen menschen von allem was ist hier ist das universelle bewusstsein in das wir hinein gehen können und hier existiert keine trennung wir erfahren im zwischenmenschlichen zum beispiel unmittelbaren spiegel du kannst am anderen nur wahrnehmen was von dir reflektiert wird was anderes ist nicht möglich wahrzunehmen deine reflektion zeigt sich in einem anderen menschen das heißt solange wir noch hass empfinden anderen menschen gegenüber können wir uns selbst offensichtlich nicht annehmen und nicht lieben solange wir noch denken andere menschen sind ja so furchtbar und so schlimm und sie gehen so und so und machen das und das und alles das was sie machen das verabscheue ich solange ich so denke gehe ich natürlich davon aus dass ich nichts davon habe aber ich bin nur in der lage zu sehen was ich selber bin jedes ereignis jede schwierigkeit eines anderen sind tatsächlich in die erschaffen ich habe immer wieder gesagt unser bewusstsein unser bewusstsein ist die reflektion die wir außen sehen wir haben gelernt dass die messbare welt die realität ist das aus also jetzt also wenn das im außen passiert dann dann ist es wirklich realität dann ist es angekommen zum beispiel oder wenn wir uns außen begegnen dann begegnen wir uns wirklich vorher begegnen wir uns nicht wirklich wir haben all diese jahrtausende jahrhunderte gelernt außen wäre die realität die realität des verstandes der verstand gehört zum körper der verstand gehört zum fünf sinnen und genau damit erfahren wir das außen als eine realität als fest als unverrückbar und solange wir in dem bewusstsein gefangen sind erleben wir leid gegeneinander kriege schwierigkeiten mühsam nicht können nicht gut genug sein kein geld haben nicht unsere träume verwirklichen können eine der größten verdrehungen der christus impuls selber ist natürlich wieder verdreht worden aber seine kern mission die er den menschen bringen wollte ist in dir ist das göttliche zu finden das bedeutet in dir ist die realität wir sind in unserer ur dna wie der christus mit den gleichen fähigkeiten wie der christus wir haben eigentlich die fähigkeiten zu sagen zu den toten stehe auf solch eine kraft ist in dir und diese kraft in uns können wir nur accessen können wir nur aktivieren wenn wir anstatt nach außen nach innen gehen anstatt das außen was die reflektion und der spiegel ist als realität anzusehen müssen wir erkennen dass unsere gedanken unsere gefühle unsere erwartungen das sind was sich außen manifestiert dein gesamtes denk wahrnehmungs und auffassungs bewusste und unterbewusste vermögen ist was du im außen siehst wenn du nicht weißt was du unterbewusst denkst schau dein außen an wenn du unterbewusst angst vor krieg hast ja dann hast du im außen das welt wo dir eventuell krieg begegnen könnte was heißt das und warum ist das so eine wichtige botschaft die ich dir hier gebe es bedeutet dass wir als menschen auf der erde erkennen dass diese kleine aber gigantische verdrehung dass außen die realität ist wieder zurückgedreht werden muss dass innen die realität ist das bedeutet wenn ich in mir angst habe vor egal was muss ich in mir diese angst auflösen beziehungsweise die ereignisse auflösen die mehr angst erzeugen alles was dir angst erzeugt ist in deinem gehirn in deinem kopf in deinem verstand gespeichert egal woher es ist eine speicherung aus dem verstand deine intuition und dein herz kennt keine angst keine es es existiert angst überhaupt nicht weil es wissen existiert pure liebe ist die basis deines tatsächlichen seins pure liebe männlich oder das enthält alles der schein avatar schein körper schein verstand schein sinne mit dem erfährst du schein realität die du die wir beigebracht bekommen haben so lange hier auf der erde als realität wenn du kinder anschaust wie sie auf der erde kommen dann ist dort kein verstand entwickelt wenn sie klein sind und auf die erde kommen verkörpern sie pure liebe und ihr gesamtes handeln ist spontan angeschlossen pur und echt und wir lernen uns zu verdrehen uns wegzuwenden zu erkennen wir sind nicht gut genug wir müssen so und so sein und so weiter in dieser gesellschaft in unserem gesamten schulsystem auf der erde ist es wird nichts über die intuition gelehrt geschult oder dass wir ein leben aus dem herzen führen können oder von ihnen die welt erschaffen in dem moment wo wir das auf der erde es gibt ja diese aktivitäten schon dass das in schulsysteme rein kommt in dem moment wo wir das verändern auf der erde verändern wir die gesamte realität der erde wenn wir lernen dass ihnen die kraft ist verändern wir alles im außen neulich chattete ich mit einer freundin in israel die weise ist sie ist in israel ich fragte sie wie sieht's aus sie sagte auch ja die machen krieg da drumherum aber das irritiert sie überhaupt nicht sie will ein wunderbares leben das kann ich nur sagen wenn ich in mir krieg und die anhaftung zu krieg entlassen habe wenn du im moment angst vor krieg hast weil die medien das schüren weil andere sagen so und so ist es dann geht es darum jetzt in deine kraft zu kommen und zu sagen okay ihr könnt ja gerne sagen was ihr wollt aber ich gehe in meine kraft meine kraft liegt im innen da wo ich alles an glaubenssätzen an erfahrungen lösche ja ich kann alle erfahrungen löschen die ich im verstand gespeichert habe genauso wie du am computer das in den müll ziehen kannst den button drücken kannst delete forever und du kannst es löschen für immer so funktioniert das das kannst du mit allen erfahrungen im verstand tatsächlich machen ja wenn wir unsere erfahrungen als mensch löschen bzw verzeihen und entlassen sind sie aus unserem feld und anstatt dessen können wir das in unser feld hinein lassen wo unser herz anfängt zu jubilieren alles wandelt sich kriege hören auf anstatt dessen können wir den frieden mit den menschen auf der ganzen erde leben und fühlen wenn wir die erde als ganzes mit ihren menschen sehen dann haben wir wie ein blumenfeld was noch richtig lebendig ist eine unglaubliche arten vielfalt auf der erde wenn wir nicht gelernt haben tolerant zu sein und die vielfältigkeit der einen göttlichen urenergie die alles durchzieht menschen dich pflanzen tiere steine die erde gewässer das gesamte universum mit all seinen planeten wenn wir nicht gelernt haben achtung vor allem fremden und anderen zu haben bleiben wir immer im verstand in der kleinen bürgerlichkeit und trennung und im schwierigen leben wo in deinem leben und in deinem feld kannst du anfangen die arten vielfalt zu achten zu tolerieren zu entdecken zu staunen zu lieben lieben zu lernen das heißt wenn du angst vor krieg hast geht es zum einen darum in die alles zu entlassen was an erinnerungen kollektiv von den armen oder von dir selbst in deinem eigenen feld ist über folgende löschtechnik ich höre du brauchst jetzt eine löschtechnik ich gebe dir jetzt eine löschtechnik hier in diesem video schließe deine augen und verbinde dich mit der urenergie von allem was ist was alles erschaffen hat du verbindest dich damit dadurch dass du das fühlst und jetzt fühle wie du diese energie anweist auf folgende worte die du mir nach sprichst lösche alle energien die mit krieg zu tun haben auf allen speicher und sicherungsprogrammen auf allen info energetischen feldern mit allen wirkungen und nebenwirkungen und schau was in deinem energiefeld passiert du kannst es jetzt weiter laufen lassen die energie wird jetzt aus deinem system gelöscht und verbinde dich jetzt wieder mit der quelle von allem was ist von allem was erschaffen wurde von allem was alles erschafft und weise die quelle folgendermaßen an und sprich mir nach fülle alle frei gewordenen bereiche mit purer liebe auf und schau was passiert in deinem energiesystem auch das kannst du jetzt weiter laufen lassen und deine augen wieder öffnen das passiert es passiert jetzt in deinem system damit kannst du viele dinge löschen vor denen du angst hast oder die da drinnen sitzen wie beim computer und das funktioniert genauso sicher wie beim computer wenn du etwas in den müll gezogen hast und delete forever lösche für immer gedrückt gedrückt hast ist es für immer gelöscht und hier ist das genau dasselbe und gleichzeitig lerne zu erkennen wir sind das nicht was wir hier als rolle spielen und was wir hier erfahren jeder und auch du bist ein vollkommenes wesen mit allen verbunden und zu unendlichem in der lage denn kern ist pure liebe es geht darum die verdrehungen zu erkennen zu entlassen und in eine kraft zurück zu treten und nach hause zu holen was nach hause gehört und das bedeutet dass du erstens mal anfängst dich selber zu erkennen wer du eigentlich bist in die liebe was du eigentlich bist zurückkehrst und auch den anderen menschen erlaubst ihre rollen in deinen augen abzulegen ihre imperfektion zu verzeihen die sie nur als rolle so wie du auch die nur als rolle haben kannst und zurückzukehren in die liebe die wir alle eigentlich sind das ist die arbeit die getan werden muss wodurch das was die medien gerne wollen nämlich krieg zu verkünden damit wir das durch unsere angst manifestieren sie können das gar nicht alleine ja worauf es ankommt das verpuffen zu lassen und eine friedliche kraftvolle welt von menschen die in ihrem herzen verankert sind und wirklich wissen zu erschaffen das ist die fragestellung jetzt wo du hier in diesem video bist und das hörst und hierher auf diese ebene von realität geführt wirst das ist das wofür du da bist du bist da um dein licht scheinen zu lassen und anhand der situation zu erstarken wir können nur anhand von einem anspruchsvollen schwierigen außen in unserem inneren erstarken wenn das alles leicht und gemütlich ist dann brauchen wir das ja gar nicht dann können wir gar nicht erstarken in uns es geht darum tatsächlich das außen loszulassen und in dir in das hinein zu gehen was tief in dir klingt derweil du meine Worte hörst du weißt das ja du weißt dass das so ist und du weißt dass du nichts lieber als Frieden haben möchtest und die Fülle die du bist den reicht um die Freude die du bist zu leben die Liebe die du bist zu leben und dazu geht es darum das Bewusstsein was verdreht wurde wieder richtig zu drehen das muss jeder einzelne für sich tun es gibt niemanden auf den man warten kann das zu tun der Christus erscheint in der heutigen Zeit hier auf der inneren Ebene nicht im Außen durch Menschen die dich wieder daran erinnern an das Christusbewusstsein das Universalbewusstsein Krishna Bewusstsein ist dasselbe zum Beispiel für die Inder für die Hindus das ist auch noch nicht mal wie sagt man so fixiert es geht um das Erkennen der Manipulation und das Drehen von innen in die tatsächliche Anbindung zurück ich weiß und ich freue mich sehr weil du hast mich sehr sehr tief verstanden und ich freue mich wenn du meinen dieses Video likes und meinen Kanal abonnierst und auch hier unten drunter Kommentare schreibst weil das diese Nachricht sehr sehr viel weiter auf YouTube vorausbringt und es ist etwas was ganz viele Menschen hören müssen ich freue mich wenn du das teilst an alle Menschen wo du weißt die müssen das jetzt hören hier liegt die Kraft auf die es jetzt ankommt alles ist sehr positiv ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal ich freue mich sehr dass wir diese tiefe innere Verbindung haben dass du bisher her in meinem Video gehört hast bis dann danke dir alles ich freue mich sehr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020